Pitbike? Ich meine, ist doch nicht einmal ein richtiges Motorrad, oder? Oder? Eher wie so ein... So ein kleines Spielzeug, irgendwie. Ach komm, probieren wir es. Guten Morgen aus Gießen! Heute gibt es einen kleinen Besuch beim Fifty. Und beim Fifty mache ich zusammen mit ihm zwei sehr interessante Dinge. Zum einen Tracksheets für Orschersleben, Sachsenring, Zolder, Nürburgring und so weiter. Und zum anderen, abends mein erstes Mal Pitbiken. Fifty hat mich natürlich eingeladen, endlich mal Pitbike zu fahren. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keinen Dunst, wie es funktioniert. Ich habe keinen Dunst, wo ich mich irgendwie saublöd anstelle oder so. Wir werden es herausfinden, aber erst heute Abend. Ich bin ein bisschen angeschlagen, gefühlt ein bisschen grippal bedingt. Aber Ibuprofen macht es möglich. Gerade Sonnenaufgang hier in Gießen. Eigentlich eine ganz schöne Stadt. Gestern ein bisschen Zeit sinken macht. Gestern Abend. Oh! Hey! Vertrauen ist bei mir halt bei diesem Sport ein Riesenthema und sollte auch für dich ein Riesenthema sein. Und deswegen gab es bei mir halt nur eine Anlaufstelle, was Pitbiken anbelangt. Und das war halt der Christoph. Christoph hat seine eigene Akademie, läuft mega gut. Der weiß halt wirklich, was er kann. Und vor allem, und jetzt kommt der Riesenpunkt, wirklich der sprechende Punkt. Wir haben dieselbe Philosophie, was das Motorradfahren anbelangt. Und wir treffen auch so dieselben Analysen. Und das ist eigentlich genau der Punkt. So, wir sind jetzt schon ein paar Stunden hier fleißig beim 50 in der richtig coolen Wohnung. So, by the way. Wir sind jetzt schon fleißig hier am Ossersleben-Tracksheet. Wir sind jetzt hier gerade noch ein bisschen das Ganze am Verfeinern. Sehr cool. Der 50 und ich, wir harmonieren, denke ich, ganz gut. Absolut. Um das dementsprechend hier für euch schön aufzuschlüsseln. Um so das Ganze so ein bisschen zu übersetzen. Anhand seiner Erfahrung in Ossersleben auch. Ich denke, du hast ja schon viel kaputt gemacht. Wollte schon sagen, ich habe schon ein paar Runden in Ossersleben gedreht. Und auch schon Rennsieger einfahren können. Aber auch schon oft auf der anspruchsvollen Strecke sehr schmerzhafte Erfahrungen machen müssen über all die Jahre. Also, weißt ihr, wie das ist? Im Rennsport sagt man immer, Freude und Leid liegen sehr nah beieinander. Und ich denke, die Erfahrung aus den ganzen Jahren von Ossersleben kann mir hier sehr gut zusammenfließen lassen. Na klar, war dann auch logisch, dass wir zusammen auch diese neuen geilen Tracksheets zusammen entworfen haben. Und seine Erfahrung hier rein gepumpt haben und euch weitergeben. Gehen wir doch einmal Korrektur lesen. Ich schaue mal kurz rein. Zu viel darfst ihr euch ja nicht sehen. Aber wie ihr seht, das ist hier schon sehr, sehr aufwendig. Kurz gesagt, wir geben für euch unser Bestes. Und wir sind ja als Rennfahrer, als Hobby-Racer, als Rennstrecken-Fanatiker sind wir wie Fahrtfinder. Ja, ich sage immer, wir müssen den Pfad suchen, um den Pfad zu finden. Und ich denke, das ist eine schöne Schatzkarte, um ans Ziel zu kommen. Was das Thema Pitbiken anbelangt, war natürlich meine Vorstellung so als derjenige, der jedem das Fahren lernt auf dem richtigen Motorrad. Na klar, ich setze mich jetzt einfach auf das Pitbike rauf und ab dem ersten Turn kann ich das Ding sliden, driften etc. Das war so meine Vorstellung. Haha, scheiße. So fertig mit getaner Arbeit, ab zur Karthalle nach Hungen. Temperatur war eigentlich richtig cool, so mit 11 Grad ist eigentlich top. 11 Grad Temperatur im Winter, wo hat man das schon, aber wenn man krank ist, trotzdem zu kühl. Vor allem wenn der Wind geht und zieht, aber egal, ich habe, wenn ich was in den letzten Jahren irgendwie gelernt habe, dann ist es einfach ein bisschen durchzubeißen und auch mal, wenn man sich einfach nicht so wohl fühlt, zu sagen, geht schon. 1 Okay, mein erster Turn auf dem Pip-Bike. Halleluja! Also wenn du die Knie an den Ohren hättest. Ich wäre fast umgefallen. Im ersten Turn wäre ich fast zweimal gestürzt, gerade als ich den Fuß wieder runtergebracht habe und es wieder hochgeholt habe. Ich will jetzt mein Rennmotorrad, ich will jetzt irgendeine Rennstrecke und ich will jetzt probieren, ob ich es noch kann. Weil ich war nämlich der Meinung, ich habe alles verlernt, was ich jemals mit Motorrad in Verbindung gemacht überhaupt konnte. So anders ist es. Das war echt frustrierend, dass man da mit viel Erfahrung auf einem Supersportler, auf einem Superbike, setzt sich auf so ein Pip-Bike und fällst fast runter und kannst, da hat nicht einmal das Knie am Boden gebracht. Jede kleinste Bewegung, wenn du nur daran denkst, mit dem kleinen Finger zu wackeln, macht das Pip-Bike gleich. Und ich sage, hey, Moment, ich will dich ja noch gar nicht einlegen. Mein Charakter ist aber allerdings der, dass dieser dann sagt, okay, Alter, du musst das lernen. Weil wenn ich das von Anfang an gekonnt hätte, wäre es vielleicht irgendwie ein bisschen langweilig gewesen. Wie mache ich das? Jetzt bin ich in der Situation des Schülers, wo ich normalerweise eigentlich immer der Lehrer bin. Du musst dich jetzt selbst reflektieren. Was machst du hier, Fanny? Wie ich ein Fifty der Bike gesehen habe, wie der da um die Kurve mit dem Ellbogen am Boden fährt, denke ich, mei. Wie geht denn das? Ich kriege nicht einmal das Knie am Boden und der fährt mit mir... Okay. 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 Alles, alles Ego aus mir raus. Ich bin jetzt hier Anfänger. Ich mache das das erste Mal und ich brauche mir keine Gedanken darüber machen. Auch wenn mich hier im Hafen Leute kennen, scheißegal. Ich bin doch nie Pip-Bike gefahren. Ich fange jetzt von vorne an. Christoph, erklär mir, wie das funktioniert. Essentielle Dinge. Ich arbeite am Superbike auch sehr, sehr viel mit dem äußeren Knieschluss. Aber auf dem Pit-Bike funktioniert es anders überhaupt nicht. Da ist der äußere Fuß so relevant, dass du dich mit dem Knie in diesen Tank, der eigentlich gar nicht vorhanden ist, einklammerst und das Motorrad so ruhig wie möglich machst. Und ich habe mir das halt so angehört, was da 54 Tipps verteilt. Und eben das unter anderem mit diesen noch mehr, mit den Beinen, mit dem äußeren Fuß mehr arbeiten. Das brauche ich am Supersportler nicht so stark. Da hänge ich mich nur ein, aber da musst du wirklich richtig Druck drauf bringen, dass das ein bisschen stabiler wird. Weil du hast keine Kreiselkräfte. Das sind so kleine Reifen, die werden drehen. Das ist so gut wie gar nichts. Okay. Ich habe dann das Ganze reflektiert, habe mir die anderen Fahrer angeschaut und habe gesagt, okay, ich muss das jetzt lernen und ich muss das jetzt können. Und ich, für mich, ich muss das können. Okay. Zweiter, nein, das war dann der dritte Turn. Dritter Turn raus. Und, na klar, ich habe dann gesagt, okay, jetzt. Ich, also ich mache jetzt das Richtige. Okay. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das dann einfach mit Gewalt mal versuche, nicht Gewalt, einfach mit ... Wo du sagst, okay, schneller rein, als du dich jetzt wohlfühlst dabei. Und dann hatte ich das Knie am Boden. Und ab dem Zeitpunkt war es gut. Dann hatte ich das Motorrad in einem richtigen Zwickel, möchte ich jetzt was behaupten. Das eine Knie am Boden, das andere Knie am Tank und dann konntest du quasi mit deinem Körper arbeiten. Und dann habe ich verstanden, wie dieses Pitbike funktioniert. Und das ist eigentlich, es ist fast idiotensicher, weil du auf so einer Kartbahn, die ja, ne, die hat halt nicht viel Grip, kannst du nicht mit dem Rennstreckenasphalt vergleichen. Logisch. Und dann war es aber interessant, weil du dann hergehen konntest und konntest das einmal rutschen lassen übers Vorderrad oder übers Hinterrad oder wirklich tief runter in Schräglage und konntest dann reagieren, dass du sagst, okay, jetzt komme ich mit dem Kopf noch ein bisschen vor und jetzt balanciere ich mit meinem Gewicht mehr nach vorne, mehr nach hinten und hast Grip aufbauen oder abbauen können. Und es war nie so, dass es mir so weggerutscht ist, dass ich es nicht mehr halten hätte können. Aber es ist immer gerutscht. Dann ab dem Zeitpunkt, wo es am Knie war, ist es eigentlich immer gerutscht. Und dann hatte ich quasi das Vertrauen zu dem Motorrad. Okay, Pip-Bike fahren war soweit erfolgreich. Leider etwas angeschlagen. Bist du schon mal Pip-Bike gefahren? Wenn ja, schreib es in die Kommentare. Würde mich auch interessieren, ob du dich die ersten Turns genauso angestellt hast wie ich oder ob du ein Naturtalent warst und von Anfang an mit dem Knie am Boden warst. Bist du noch nicht gefahren? Dann schreib es gerne rein, wenn du es gerne machen möchtest. Und ist das Pip-Biken jetzt eigentlich relevant für jemanden, der Motorrad-Rennstrecke fährt? Ja. Folgende Gründe. Erstens, Pip-Biken kannst du das ganze Jahr. Zweitens, es ist verhältnismäßig zum Supersportler. Auf der Rennstrecke ist es sehr, sehr günstig. Drittens, du kannst dir nicht so stark wehtun, meiner Meinung nach. Es gibt bestimmt Ausnahmen, wo es einer schreibt, ich habe mir das und das gebrochen. Ich denke, das kann passieren, wenn es dumm hergeht. Aber einen Sturz vom Superbike mit 150 kmh könnte ich mir schmerzhafter vorstellen als mit 25 kmh auf dem Pip-Bike. Und was natürlich absolut genial ist, ist nicht unbedingt das Limit, das man hier auf dem Pip-Bike lernt, auf das Superbike zu übertragen, sondern, weil die Grenzbereiche sind so verschoben, ich denke nicht, dass man das übertragen kann. Aber die Sauberkeit zu fahren zu lernen, Sauberkeit in Verbindung wie jede kleinste Bewegung, jede kleinste Unruhe, die ich ins Motorrad bringe. Und das hat auch der 50 gesagt und das stimmt absolut und der hat vollkommen recht. Die Unruhe, die ich am Superbike, am Supersportler auf der Rennstrecke unbewusst ins Motorrad reinbringe, die werde ich da nicht merken. Das Motorrad interessiert sich nicht dafür. Aber das Pip-Bike ist so filigran und das sagt dir halt sofort, alter, verkehrt, verkehrt, schon wieder verkehrt, schon wieder verkehrt. Und dann denkst du dir, aha, aha. Und dann fängst du an, viel ruhiger zu werden, viel bewusster, viel smoother die Übergänge. Du tust bewusst auf die Rasten drücken, du tust bewusst den Oberkörper mit einsetzen, weil du halt sofort eine Bewegung merkst. Beim Supersportler, wenn du jetzt mit dem Kopf so machst, so machst, dann denkst du, ja, hm, bringt's was, ich weiß nicht. Beim Pip-Bike merkst du sofort, hm, Veränderung, zack, Veränderung, ah. Und auch das Geile natürlich auch, wenn das mal rutscht, sagst du, okay, ich komme jetzt mit dem Oberkörper weiter vor und versuche das Ding aufzurichten, dann hast du sofort eine Veränderung am Grip-Level, das merkst du, es kommt sofort zurück. Das ist natürlich eine interessante Geschichte draus. So, das war meine Erfahrung zum Thema Pip-Bike. Ich hoffe, ich komme noch öfter in die Situation, dass ich es machen darf. Dürfen werde ich es wohl, wahrscheinlich schon öfters. Danke übrigens, Christoph, für die Einladung. Hat mich super gefreut, dass ich das mal ausprobieren durfte. Wenn es sich zeitlich ausgeht im nächsten Jahr, was relativ schwierig ist beim Terminkalender, wenn jemand gesehen hat auf der Homepage, die ist relativ voll mit ganzen Instruktionsevents mit euch und so, also wirklich, wirklich sehr stark ausgebucht. Ich hoffe, also es sind schon noch Events frei, obwohl schon man die ausgebucht sind, von dem abgesehen. Aber ich hoffe, dass ich noch irgendwo auf die Schar zu Schar komme, nochmal Pip-Bike zu fahren. Und ich möchte auch gerne mal draußen so auf dem Asphalt, auf dem Teer fahren, nicht nur in der Karthalle. Vor allem, wenn es wärmer ist. Ich bin ja so ein Fröstling, so ein... Alles unter 20 Grad ist für mich zu kann. Also, schreib es in die Kommentare, wenn du schon mal Pip-Bike gefahren bist, wenn du es noch nicht gefahren bist, ob du es gerne fahren möchtest, ob es für dich ein Thema ist, ob es für dich relevant ist, ob du sagst, ja, das möchte ich probieren oder nein, möchte ich lieber nicht probieren. Für mich ist es irrelevant. Ich bin auch ein Skeptiker gewesen und ich glaube, dass ich bin ein Skeptiker. Sonst für mich ist es eigentlich ursprünglich sowas gewesen. Ich bin wirklich ein Skeptiker. Aber es war eine coole Erfahrung. Ich kann es dir nur herzlich empfehlen. Probier es aus. Es kann dir nur helfen. Es wird dich keinen Rückschritt kosten. Im Gegenteil. Es hilft dich auf jeden Fall weiter. In diesem Sinne, gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Abonnier auch gerne den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich freue mich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.